Grüß euch, ich möchte euch heute sehr herzlich das Flutlichtangebot bei uns in Oberauderfarm Ohek vorstellen. Wir haben hier wirklich ein bäriges Angebot für die ganze Familie, für ganze Gruppen, für Vereine, für Freundeskreise. Um was geht es bei uns? Wir haben eine drei Kilometer lange Flutlichtpiste, wir fahren mit einer Vierersesselbahn, wir fahren mit zwei Schleppliften und wir haben nicht bloß Skifahren und Snowboard mit einem kleinen Funpark dabei, sondern wir haben auch eine drei Kilometer lange Winterrodelbahn, die einzige TÜV-geprüfte Winterrodelbahn Deutschlands. Und bei uns ist viermal die Woche Flutlichtspaß hier in Oberauderfarm Ohek garantiert, an jedem Dienstag, Donnerstag, Freitag und Samstag. Der Spaß beim Flutlichtskifahren ist natürlich nicht nur auf Skifahren und aufs Rodeln und aufs Snowboarden, sondern auch auf dem Abrissski bezogen und der ist hier in Oberauderf ganz bärig. Man kann entweder nördlich am Bergersdorfer Heck einkehren oder in Wenger Stadl, das ist eine urige Hütte, mitten auf der Piste und danach dann ins Bistro Almrausch, in die Talstation. Und wer da noch nicht genug hat, der kann natürlich auch zur Oberauderfarmastronomie wechseln. Vorteil unseres Gebietes ist auch, dass die Talstation mitten im Ortszentrum liegt und daher sind die Wege bei uns eigentlich hier sehr, sehr kurz. Das Flutlichtangebot bei uns hier in Oberauderfarm Ohek wurde dieses Jahr auch wieder prämiert, ausgezeichnet von unabhängigen Testern und zwar als das beste Flutlichtangebot und das vielseitigste in ganz Deutschland. Das macht uns natürlich hier in Oberauderfarm Ohek auch stolz. Das muss man einfach testen, deswegen auf nach Oberauderf, kommt es einmal her, schaut es euch einmal das Angebot an, fahrt es einmal bei uns Ski, dort Snowboarden und wechselt es dann vielleicht noch auf die Rodelbahn. Das ist wirklich ein lustiger Abend, da ist Gaudi garantiert. Das ist wirklich ein lustiger Abend, da ist ein lustiger Abend, da ist ein lustiger Abend, da ist ein lustiger Abend.